Was ich noch unbedingt haben möchte, was mir noch nicht eingefallen ist, ich will dieses Runde Rundeisen noch ein bisschen verhübschen, sodass man das auch wirklich so aussieht wie ein schöner Griff. Da ist mir doch die Klobörsenidee gekommen. Jetzt nicht lachen. Der Kameramann hat gelacht, Nils hat gelacht und Jörg hat gelacht, wie sie die Klobörsenidee gesehen haben. Das stinkende Teil habe ich schon abgesägt. Das war hier, das war nicht so schön und habe ich beim Scheißen entdeckt.